Herzlich Willkommen! Ich bin Ella, Katy Perry Horror Ella. Feiert ihr Halloween? Ich tue es, wie man eventuell sehen kann. Und wenn ihr Halloween feiert, kennt ihr es wahrscheinlich auch, dass man tausend richtig gute Kostümideen findet, die aber entweder unfassbar aufwendig sind oder viel zu teuer. Ich habe heute den Katy Perry Horror Look für euch. Und der ist ganz einfach zu machen mit drei Dingen. Und zwar weißer Theaterschminke, rotem Lippenstift und schwarzem Lidschatten. Ich fange zuerst mal an mit einem ganz einfachen Clown-Weiß, was man überall zu kaufen kriegt um Halloween rum. Und grundiere damit mein Gesicht, meinen Hals, meine Ohren und meine Arme. Ihr könnt das Weiß auftragen mit einem Pinsel, mit einem Schwamm, mit den Händen, was auch immer für euch funktioniert. Ich nehme am liebsten meine Hände. Als nächstes schnappe ich mir so einen Blendepinsel und einfach einen schwarzen, matten Lidschatten und fange an, meine Augen oben und unten ein bisschen zu umranden. Mit dem schwarzen Lidschatten gehe ich auch an meiner Nase runter, um die einfach so ein bisschen noch mehr zu betonen und so ein bisschen gruselig aussehen zu lassen. Und jetzt kommen wir zum spaßigsten Teil. Wir basteln uns Blut mit einem ganz einfachen roten Lippenstift, den ich zu Hause rumliegen habe, und einem Pinsel, der ungefähr so aussieht. Und damit gehe ich einfach auf der einen Seite meines Gesichts unterm Auge entlang und versuche so etwas wie eine Wunde zu erstellen. Das mache ich direkt unterm Auge und auch so ein bisschen am Kinn. Ihr könnt eure Wunden natürlich hinmachen, wo ihr wollt. In meiner Vorstellung bin ich ein bisschen auf die Nase gefallen. Deswegen habe ich es unterm Auge, unten am Kinn und am Arm. Unsere Wunde ist natürlich nicht super sauber, sondern richtig dreckig. Deswegen gehe ich auch nochmal mit einem schwarzen Lidschatten ein bisschen über das Rot. Mit einem Pinsel gebe ich auch ein bisschen Rot an die Kontur meiner Lippen und verwische das mit dem Finger so ein bisschen nach innen. Und um den Dreck noch mehr hervorzuheben, gehe ich mit einem schwarzen Kajalstift nochmal über meine Wunde. Einfach so in leichten Bewegungen kleine schwarze Striche ziehen. Das sieht dann noch mehr nach komischem Schorf mit Blut drauf aus. Jetzt könnten wir sagen, sind wir fertig, aber wir wollen es ja so richtig schmutzig und dreckig. Deswegen gehe ich mit den Fingern so richtig in den schwarzen Lidschatten rein, schmier mir den über den Hals, über meine Wunden, über die Arme, bis ich das Gefühl habe, jetzt sehe ich echt ein bisschen verboten aus. Nicht, dass ich vorher wunderschön war. Und so seht ihr am Ende aus. Ich habe nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich super einfach zu machen und selbst wenn ihr kein Schminkprofi seid, solltet ihr das hier hinkriegen. Wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Wenn ihr jetzt also einen Look für die Halloween-Party habt und ihr braucht noch Rezepte für die Halloween-Party, dann guckt gerne mal hinter dem i. Ansonsten würden wir uns natürlich sehr beim Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.